Werte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn begrüße ich Sie recht herzlich an Bord des ICE 234 von München nach Leipzig, ohne Halt in Nürnberg, Bamberg, Saalfeld und Jena. Die Wagen der 1. Klasse befinden sich an der Spitze des Zuges. Den Rauchersitz finden Sie im vorletzten Wagen zwischen Skinhead und Frauenbereich. Im Speisewagen laden wir ein zu russischen Wochen. Wir servieren Putin-Geschnetzeltes à la Politkovskaya an Polonium-Reis. Ein Durchgang zum Speisewagen ist für die Gäste der unteren Wagenklassen leider nicht möglich. Fahrgäste der Antidiskriminierungsklassen erreichen den Speisewagen nur beim nächsten außerplanmäßigen Halt in Lichtenfels. Durch Umsteigen in den Wagen 23 hinter der No-Go-Area in Abschnitt B. Wegen einer Störung im Tarifablauf werden sämtliche Anschlusszüge leider nicht mehr erreicht. Für weitere Auskunft steht Ihnen Ihr Zugpersonal nicht zur Verfügung. Gute Nacht. Untertitelung im Tarifablauf